Schon die erste Ausgabe von Medianet im Jahr 2001 zeigte einen neuen Weg. Medianet war seriös, schick und legte ein rasantes Tempo an den Tag. Und wir wuchsen. Rasch. Bereits ein Jahr nach Start konnten Auflage und Umfang mehr als verdoppelt werden. Die jährliche Fokus-Fachzeitschriftenstudio erklärte uns zum Marktführer der österreichischen Kommunikations- und Medienszene. 2005 erweiterten wir das redaktionelle Anbot um den Fachbereich Handel. Medianet Retail wurde nach nur einem Erscheinungsjahr zur meistgelesenen Fachzeitung der österreichischen Handelsbranche und deren Produzenten. Die Medienindustrie entwickelte sich rasant weiter und Medianet Online wuchs zu einer Community von über 100.000 täglichen E-Abonnenten heran. Immer mehr Geschäftsprozesse werden in digitale Welten ausgelagert. Und das Suchen, Finden, Kennenlernen, Kontakt aufnehmen, Empfehlungsmarketing und Vergleichbarkeit von Anbietern und Leistungen sind in Zukunft die Domäne des Internets. Und Medianet will diese Entwicklung maßgeblich mitgestalten. Medianet Expert Network ging vor dem Sommer an den Start. Eine Familie von rund 30 Portalen für jene Communities, die wir in den ersten 15 Jahren unserer Arbeit gut kennengelernt haben, wird in den nächsten Monaten online gestellt. Portale für Werbeagenturen, PR-Agenturen, Media-Agenturen machten den Anfang und sollen die jeweiligen Märkte fair und transparent darstellen. Anbieter beschreiben ihre Skills und beeindrucken mit ihren in Expert Network gespeicherten Kampagnen, Showcases Awards und Referenzkunden. Eine Fachjury aus über 500 Auftraggebern sowie Erfahrungswerte von Bestandskunden werden bei regelmäßigen Events erhoben und als Qualitätssiegel veröffentlicht. Ein professionelles Empfehlungsmarketing mit Qualitätscheck sollen den Handshake und das Matching des richtigen Geschäftspartners vereinfachen, beschleunigen und spannender machen. Gemeinsam mit unserer starken Marke Medianet sehen wir in unseren neuen digitalen Expertensystemen ein spannendes, unendlich großes Betätigungsfeld und freuen uns auf die nächsten 15 Jahre Arbeit.